Hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute werde ich hier am Amazon erstmal ein bisschen leveln. Also heißt es große Fische fangen, für die es viel XP gibt. Dazu starte ich hier am Bootsteg und werde hier den und den Spot die beiden Durchfahrten zu diesem Fluss, der hier einmal durchschlängelt. Da werde ich ein bisschen Haie fangen und zwar mit der Ausrüstung. Die Tropicana 230 mit 40 Kilo. Dazu die Ballerina 7500 mit 38 Kilo. Die Braid 036 mit 40 Kilo. Die Tampop 8047 mit 39,5 Kilo. Und als Köder den Golem Köder. 28 Gramm Brauter 8,0. 14 cm lang. So, dann steigen wir mal ein. Versuchen wir mal sein Glück. Mit Tempo 1 einfach durchziehen. Und dann wird es schon heiß bohnen. Oder vielleicht wird es auch beißen, wenn es bohnt. 2 einfach durchziehen. 3 einfach durchziehen. Nein, nicht beim Thomas. 2 einfach durchziehen. 1,5 kilo. Die Buy-Seite ist eigentlich noch ok, da sollten eigentlich noch welche kommen. Die Buy-Seite ist eigentlich noch ok, da sollte eigentlich noch welche kommen. Haie spawnen leider nicht so häufig, also eher selten. Deswegen den ganzen Tag nur Haie fangen, das wird es nicht bringen. Muss man dann mal wechseln zwischendurch, noch ein bisschen Arapaim ausfangen, sobald man so drei, vier Haie gefangen hat. Oder auch schon nach zwei, drei Haien kann man auch schon mal wechseln. Auf Arapaim aus. Im Moment will hier gar nichts. Wie so, es kann ein bisschen dauern bis der erste spawnt. Kann bis zu 40 In-Game Minuten dauern. Habe ich schon ein paar Mal festgestellt, dass endlich Miner spawnt und beißt. Da wollte ich irgendwas anderes beißen. Opa! Ich bin ein bisschen schade, dass beim Crankbait nicht Stop & Go angezeigt wird, wenn man Stop & Go macht. Oder auch zwitschen wird auch nicht angezeigt, wenn man zwitscht, kann ich mir auch noch mal zeigen, wird nicht angezeigt, finde ich ein bisschen komisch. So, da haben wir einen Bicuda in Trophy, nehmen wir schon mal was, besser als Gronix. Aber wir wollen ja einen High sehen hier. Weil hier in diesem Spot einer gebissen hat, werde ich den Spot wechseln, nämlich zur zweiten Durchfahrt. So, da haben wir einen Halt im Moment. Ah ja, und da haben wir einen, so ein kleiner. 69 Kilo, junger Bullenhai, einer der kleinsten. So, jetzt wechseln wir in den Spot. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann geht es fleißig weiter. Wir haben ja noch ganz viel Glück und fangen noch ein Tropi. Das Video wäre nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So geht das dann. Ein Wurf nach dem anderen, bis endlich einer spawnt. Das kann ein bisschen dauern jetzt, weil zwei Stück ziemlich schnell hintereinander. Aber gut, weil ich den Spot gewechselt habe, hätte ich ihn nicht gewechselt, hätte es länger gedauert für den zweiten da hinten. Deswegen wechsle ich dann auch immer den Spot. Aber hier kann man durchaus zwei Stück fangen, bevor man den Spot wieder wechseln muss. So geht das dann. 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 So geht es dann auch einer kommen. So geht das dann auch einer kommen. So geht es dann auch einer kommen. In 20 und 21 wird es dann schon schwieriger. weil da ist die Beißkurve dann ganz oben dann geht sie hier in den obersten Bereich und da wissen wir ja weiß dann so gut wie gar nichts mehr nur noch kleinen Kram man könnte hier natürlich auch Spot Hopping betreiben nach jedem gefangenen Hai den Spot wechseln und dann fängt man sie ein bisschen schneller aber da habe ich immer keine Lust zu die weiten Touren hier mit dem Boot ständig kostet ja auch Zeit kann ich auch hier am Spot bleiben und weiter auswerfen manchmal hat man auch Glück dass ziemlich schnell wieder einer spawnt habe ich auch schon gehabt dass ich hier zwei Stück innerhalb von 2-3 Minuten gefangen hatte und da war sogar einer davon Trophy wo seltener dass man das Glück hat aber ausschließen kann man es nicht nicht Er wollte was beißen, hat ihn aber doch abgelassen, war aber kein Hai, war ein Bikuda oder Tanda Antennenwels oder irgendwie sowas. Da konnte ich jetzt nicht genau erkennen, was da rumgeschwommen ist, aber jetzt beißt er was. Tanda Antennenwels, einzigartiger sogar. Dann machen wir ein schönes Bild, hat sich keinen besseren Haim mehr fangen, nehmen wir das als Sandmehl. Wo ist jetzt der Baumstamm? So. Okay. Und Hai wäre mir natürlich noch lieber, am besten wie gesagt ein Tropi. Einen mit über 100 Kilo. 120, 130, 140 Kilo. Wäre schon nice. Lieb's natürlich noch größer, ne? 180 bis 200 Kilo. Aber die sind selten. Und mit über 100 Kilo. Und ein Arowana! Auch einzigartig! Der ist natürlich noch nicer, ne? Machen wir da noch mal ein Foto. Oh, dieses! Was soll das irgendwie, dass halt da jedes Mal sich die letzte Position merkt. So, und jetzt aber das wieder verschieden. Ja. 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 Der ist ganz schön weit abgetrieben hier. Aber ich möchte lieber noch einen großen Hai. Ja. 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 Und ein Hundertfünfer machen wir da auch noch mal ein Bild. Dann kann ich mir überlegen, welches Bild ich nehme. Wow, der füllt das ganze Bild aus. Und wieder hat er sich den Blödsinn gemerkt hier. Kann ich jetzt bewegen? Ne, immer noch nicht. Jetzt kann ich bewegen. So, ich zoome mal ein bisschen raus. So, dass man es ein bisschen verschieben kann hier. So, ich würde sagen, das war's dann auch. Die letzten paar Minuten bis 20 Uhr können wir uns schenken. Da wird in der Zeit sowieso keiner mehr beißen. Schauen wir mal kurz in den Kescher. Was machen wir jetzt? 293 Kilo. Also knapp halb gefüllt, der Kescher. 65.000 gibt es dafür. Da sind noch die ganzen Piranhas von den letzten Videos. Dann die beiden einzigartigen natürlich. und drei Haie in der Zeit. Zwei junge und einen normalen. Trophy ist glaube ich erst ab 120 Kilo. Oder 140. Bin mir nicht ganz sicher jetzt. So, kannst du mal doch verschwinden jetzt? Diese Anzeigen, was die sollen. Und dann noch eine Anzeige. Ich will die da nicht haben, diese Anzeigen. Wie kann man das ausschalten? So, 150.000, 240.000 und 250 Kilo Haie gefangen. In der kurzen Zeit. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.